Liebe Freunde, ich habe eine Nachricht für euch. Vielleicht merkt ihr es schon an meinem T-Shirt. Wie will ich anfangen? Ich möchte euch aber nur sagen, dass Gott möchte, dass alle Menschen, dass du prophezeist, dass du mehr prophetisch wirst, dass du mehr ins Übernatürliche gehst, dass du mehr die Stimme Gottes hörst. Zweite Nachricht, die wisst nicht wissen, Israel ist das Land der Propheten. Ich glaube, die prophetische Salbung wird in diesem Land auch zunehmen. Für die wisst nicht wissen, Elia kommt zurück. Er wird zurückkommen und ich glaube, er wird zuerst sein Land berühren, Israel. Er wird das Herz des Vaters und das Herz der Kinder zusammen machen. Das ist eine von seinen Hauptaufgaben. Und das ist ein prophetischer Dienst. Es bedeutet, dass das Volk Gottes zurückkommt. Israel kommt zurück zum Vater. Und der Vater wird nur für Bauch geben über den Messias. Und wirklich zwei Völker werden zusammenkommen. Die zwei gerufene Lieblingskinder von Gott werden zusammenkommen. Und ich glaube, es ist eine Zeit der Vorbereitung. Eine Zeit der Vorbereitung für die Erweckung. Wo viele Menschen in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Europa ausgerüstet werden, für diesen wunderbaren Dienst zu machen. Die Stimme Gottes wieder zu hören. Die vollkommene Villa Gottes zu erkennen. Ich möchte nicht lang drüber reden, aber du weißt ja, im Februar haben wir eine Prophetesschule da. Und diesmal bin ich nicht allein. Wir haben ein wunderbares E-Paar, die wir wahrscheinlich alle kennen von Adlerdienst. Sodass er einen Dienst, wie es auf dem Herzen hat, das Prophetische in den Menschen nahe zu bringen. Das ist zur Schule drin. Gabi Wendler wieder dazukommen. Und ich freue mich, wir werden euch dienen. Ich glaube und ich hoffe, dass niemand nach Hause geht und hat nichts von Gott etwas bekommen. Ein prophetisches Wort von Gott. Gott hat mir vor Jahren eine Offerbarung gegeben für die Prophetesschule. Er sagt immer, weißt du, wenn wir nach Israel gehen, wo wir anfangen zu sehen, wo wir dieses Land auch segnen, wo wir kommen zurück. Wir werden viel klarer sehen, als wir weggegangen sind. Hast du Sehnsucht, dass dein Blut geschärft wird? Hast du ein Sehnsucht, dass das Prophetische immer stärker kommt in deinem Leben? Dann machst du schnell wie möglich. Dann bist du sicher, dass die Preise nicht mehr hochgehen, wenn sie dich an. Und du kannst das finden unter der Taube und der Taube reisen. Und ich freue mich, dich zu sehen. Wir freuen uns alle, dich zu sehen. Gott segne dich.